Wie hoch der Tom ist! Wie Tom? Man sieht von hier aus, dass sie noch nicht einmal einen Aufzug eingebaut haben. Ich hasse Treppenstein. Jetzt habe ich versinktisch losgelassen. Aber die Stelle kommt mir auch ein kleines bisschen bekannt vor. Hier brauche ich eine Pflaume. Ja doch, ich glaube, die Stelle kenne ich. Ja. Hier brauche ich eine Pflaume. Ja doch, ich glaube, die Stelle kenne ich. Das ist das, was ich gerade sagen hatte. Ich will, was ich gerade sagen wollte, was ist nie jetzt schon wieder. Da hinten ist die Pflaume, glaube ich. Nee, ich glaube, das ist nur wieder ein Käfer. Ähm. Oh, das erleichtert. Du bist eine Sau. Fenix? Ah, hier ist die Pflaume. Ich mach nichts. Okay, die sind nicht ganz zu dämlich. Die haben daran gedacht, dass man nicht von oben, ähm, da runterfliegen kann und dann da rauf. Hä? Ja, ich weiß, dass du Hilfe brauchst. Der Regeneffekt ist geil. Und das für Playstation 2. Irgendwas sagt mir, dass jetzt gleich ein Match kommt. Hilfe! Hilfe! Sie existieren! Ich habe sie gesehen! Es war mal irgendwie schon klar, dass es um Zeit geht. Ich muss los. Ich habe einen Termin bei der Wahrsagerin. Okay, sobald man drauf ist, geht es runter. Ja, weil der Winkel so blöde ist. Ja! Hilfe! Hilfe! Boah, das war aber sehr knapp. Es ist... Manchmal ein bisschen schwierig zu sehen. Hilfe! Boah, sieht ihr? Ich bin fast runtergeflogen. Weil es so durchsichtig ist. Wir treffen uns unten. Okay. Einer meiner Brüder ist noch in Gefangenschaft. Befreie ihn und wir öffnen dir unsere Welt. Los Angeles. Ah, ja hier wird es. Ja, das ist ja hier. Nur das ist. Always lohen wir, die Brüder sind noch. Wir sehen uns im Gefangenschaften. Inwiefern sind wir auch noch in Gefangenschaften. Möge. Ah, der hat es doch drauf geschafft. Aber gerade noch. Toll. Deine Angst? Oh, was machst du denn da oben fliegt ein Geräusch wieder? Oh, was machst du denn da oben fliegt ein Geräusch wieder? Aber eigentlich kann Raimann den Schirm von hier unten abschießen. Theoretisch gesehen. So. Die Geräusche, von denen finde ich echt genial. Sag bitte plötzlich, ich darf jetzt wieder ganz nach oben gehen. Nein, sie machen mir ein Portal. Sag jetzt, ich hätte eigentlich... Ich habe jetzt mit dem Lader... Ähm, mit dem Lader-Screen gerechnet. Oder vielleicht, dass der A zu... Reinroll, sag ich jetzt mal. Müller! Öll ich weiß, Passt, Quillbox. Ich devi überall Musik, Palette. Kann ich noch? Okay, man kann rein und raus gehen. Okay, Piango für Pokémon. ja ich muss mal kurz vorher gucken was ich da habe aber ja diese stelle kenne ich auch also die sagt mir zumindest was auf die stelle davor wie gesagt ich habe nie selber persönlich ich habe einen schreck gekriegt ich habe okay was ich sagen wollte ich habe wie gesagt nie alles vollständig gespielt und es sieht wieder nach links aus nein wird raymond etwa wie er klein nicht mehr ich habe nach 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist manchmal nervig, wenn diese komischen Greifteile da noch am Gegner festbleiben. Wagt es euch. Ah, okay, die machen das. Die Geräusche sind einfach genial. Ich finde, Sophie hat ja im Vielfall langsam Ohr-Nase-Kitzelt. Was war das denn jetzt? Na, hier finde ich es wenigstens gut, dass er jetzt nicht automatisch nach unten rutscht. Mann! Jetzt seid ihr hier ganz langsam runter. Ist mir völlig egal. So, Schu, wo bist du? Sag bitte bloß nicht, er ist nach oben. Oder der ist hier durchgegangen. Schu? Schu? Hm. Die Sonne Blitz muss nicht abgeblieben. Nicht, dass er doch noch da ganz oben ist und ich hab's nicht mitbekommen. Wie ist der kleine Schlingel? Ja, ey, dafür kann ich jetzt nichts dafür, ja? Boah. Der wäre dann nach oben gegangen. Boah, Alter! Das macht er mit Absicht. Ich glaub, der möchte mich ein bisschen wirklich trollen. Mit diesem Piepton, Alter. Ja. Am I... so endlich deswegen ist klobox nicht mitbekommen und deswegen kann man ja auch zurückgehen es war mir auch schon irgendwie klar da noch plötzlich gegner erschienen sind der gefällt mir schon mal gar nicht ein boss gegner hat der ein digger zu mir man Los geht's! Sobock, kannst du bitte verschwinden? Ja, wenn ihr magst. Aber wie schön ist das nur ein kleiner Bosskampf. Ich wüsste euch reiben. Ich werde sie mehr holen. Hatten sie gerade nicht geöffnet? Warte mal. Hier vielleicht noch irgendwas? Nein. Warum ist er explodiert? Toll. Von explodiert er ohne Grund? Und jetzt kriegt er ihn durch Holz durch und explodiert nicht? Soll ich das verstehen? Gut, damit habe ich jetzt das nächste Gebiet abgeschlossen. Und hier werde ich jetzt auch die Aufnahme beenden. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Und dann geht das das nächste Mal weiter mit Rayman 3. Hör auf deine Popel zu, Futter. Ich komm mir vor wie auf einem Speck. Ja, das wollte ich nicht wissen. Aber naja. Dann sag ich nur bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.